FZ Hallo Leute Willkommen zu einer Aufnahme die nicht ich spiele also in der nicht ich spiele sondern der nette Manu es ist keiner bei aber weil er es gerne mal vorher proben möchte es aufnehmen habe ich gesagt ja kommst der und dann zocken wir ein bisschen und dann zeige ich dir wie das alles geht um ja Folge 5 von League of Legends ohne Özgür leider weil er WTF was will die ich bin jetzt hier in der Mitte und auf der Pissing nein ich gehe jetzt nicht also ja die haben schon gesagt du sollst da rausgehen ne gehe ich aber nicht ist mir egal bis dann ist mir egal jetzt ich bleibe einfach hier in die Linie bleiben so 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versalte aber ich bleibe hier und seit es runde geht ah ah man geht es nicht ich bin ich schreibe nix ich sag gar nix diese Alter die Schatten sind bei mir irgendwie voll abgefragt worden ein bisschen ich sehe es ist eigentlich ganz gut wenn ich kann mit der Tasse du so ein bisschen arbeiten mit dem Falltasten ich werde es weh und so ja ja da ist dir dann für dich besser so bei dir kannst du halt wieder 18 eins machen das ist nur eine kurze Strecke ja ja mit Irelia Stückchen da sind die Masern aber bei dir haben die was angekommen ich weiß nicht ob man mich jetzt in der Aufnahme fährt weil ich jetzt ziemlich weit ich bin aber nicht weg bin aber boah ist mir auch wurscht ich schrei Alter was so wuah ha 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 ich werde dir leiden bestimmt ja bestimmt die ey die nerven mich echt bestimmt leute bestimmt oh Gott ey ey die streiten sich über dich ja die kann nicht sein ich schau mal mal wenn du es in der beschnitten du bist nicht meine Magier denn was willst du denn hier du musst keine Magier denn was willst du denn hier Mann du musst keine Magier denn ich weiß aber topsteep um in der Mitte Leben zu treffen ich weiß aber topsteep das ist ein scheinemal ich mach das was du bist doch du bist doch äh das äh du kannst du Schreibt statt zu spielen, ey. Lass, lass einfach, ich will gar nicht glauben. Es soll einfach leise sein, ey. Wirklich? Wirklich? Wir sind bei mir die Rakete manchmal bis hin gefreckt, ja. Obwohl ich auf höchster Quali spiele, irgendwo. Obwohl auch nicht. Alter! Wenn du das erste Mal stirbst, dann können wir ja kurz mein Quali beendet. Ein Bild? Nein, so. Also, wie du stürmst, wahrscheinlich schon. Ja, werde ich auch. Schienen verschlingen? Puff! Puff! Es ist nur eine kurze Strecke, aber ein Leier nicht mehr! Und? Und? Oh! Endlich ist die weg! Die hat sich endlich verpistet! Na Gott sei Dank, ey! Na, das kannst du auch mal in die Antwort geben! Aber die hat sich ja kein ehrenhafter Gegner geben! Sicher! Oder... Ding! Timmel! Ja, ich weiß! Manu! Hast du noch knapp nicht gemacht, ey! Der Sau weiß ich nicht. Schau, da kriegt sie gleich nen Kill! Ey, ich hatte die erstes Blut gemacht, wenn der andere Kill zuerst war. Das ist ja gar nicht liegend. Los geht es nicht. Oh Gott, ich habe mich schon nicht verstanden. Nur wegen dem Turne, weil ein Blutner würde getötet. Also hier, alle Kind. Wie sagt es denn, sie rammen Xurubu da? Sie ruft nach mir! Gott sei Dank. Jetzt wurde er ja nicht den, äh, äh, ah, nee. Ja, ha, 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 ha. Die hat es ja dem, der kommt nicht schon. Dann wird er... Eure Befehle erbüten mich! Doch! Warte, ich warte bis ich an den Turne kommt. Geh, chok, geh, chok. Geh, chok, ge- chok. Meine Seele, es ist mir noch denen! Nichts, ich muss die richtige Engelbe. Ha! Momentchen, G-G-I-Bridge. Oh, Momentchen wird sie langs. Man, wir wollten da drauf. Warte, ich komm gleich wieder! Ja, mach ich! Wir leiden! Alter, die gibt mir zu. Die gibt mir zu lange aus. Also, das geht gar nicht. So, ich geh jetzt mal weg. Dass ich hier mehr was Schönes kaufen kann. Dann... ...dass ich hier mal... ...diesen. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Witz! Ich kann zwar nicht so gut spielen hier, dass ich da nicht so viele Kids machen kann, weil ich... ...ich hier nicht so gut sitze, wenn ich bei mir zu Hause bin. Es könnte sein, dass ich hier mehr Tode habe als... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... Mit Böse... ...hört aufzulachen! Ein Verbündeter wurde getrunken. Schon wieder das Opfer? Alter. Das wird ja nicht gut gestehen, aber das ist für mich. Was ist das für mich? Das war mein Vollout-Kindex. Echt? Ja. Oh. Was ist der? Was ist der? Ja, sorry, ne? Oh, ich hab' den Falle verloren. Passt. Ja, ich geh' rein. Was will die hier? Die ist gerade mal Level 4 gegen den 7. Aber die gab' keine Chance. Was da? Oh, nice, Junge. Ich hab' die fertig. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Witz. Sie geht weg, das weiß ich auch nicht. Wo? Ohohohohoho, knapp. Ja, 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 ich hab' das verspricht. Na, war' ich schon zu leiden! Also ich hab' ja vor mal den Weg. da war nächstes mal einer mann auf das weil er dann weiß ich es denn nicht eine maus direkt neben seinem kollegen bei dir ist es irgendwie hier anders ist doch dieses so geordnet er ist bei mir genauso geordnet ja das bereich im bildschirm ja so dass wir das stinken ja stimmt alles angezündet stimmt stimmt oder oh oh echt den krieg ich noch oh mein gott krieg den noch kommen krieg den tschiggi tschiggi hop 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 oh mein gott magier muss kommen also ich ein gegner wurde getötet was ist das überhaupt einer mit dem surfboard und den hatte er ist so ich brauche mehr den fähigkeitsstärke dann aber gut bin jetzt 20 ich bin jetzt aber hier vorne also hier ich kann die angst in euren herzen sehen ich kann die angst in euren herzen sehen ich das ist halt so immer mal engesig so aber esse ja wir die wir er es ist jetzt wir es ist es ist es ist 2 gegen 1! Unfair! Noob! Noob! Egal, die krieg ich jetzt hier! Du kriegst schon! Alter, der Trotz hier nix! Oh mein Gott, der Trotz hier! Oh, komm! So ist das doch! Gleich werdet ihr leiden! Alter! Was macht das? Oh mein Gott! Oh Mann, Alter! Warte, jetzt kann ich noch mal ganz gut sein!